Berlin, Tag, Nacht, Kim, schwanger nach dem Seitensprung. Sie will Connors Kind abtreiben. Kim ist nach ihrem Warnneidstand mit Connor schwanger. Doch wie soll sie Mike davon erzählen? Sie hackt einen gefährlichen Plan aus. Nach ihrem Seitensprung mit Connor ist Kim völlig am Ende. Ein Schwangerschaftstest enthüllt die bittere Wahrheit. Sie bekommt ein Baby. Was soll sie nur tun? Denn Mike darf von ihrem Warnneidstand natürlich nichts erfahren. Kim will das Kind nicht behalten. Kim fühlt sich unglaublich schuldig und hält Mike auf Distanz. Denn so richtig kann sie mit der Situation einfach nicht umgehen. Schnell wird ihr klar, dass eine Abtreibung die einzige Lösung sein kann. Sie macht sich auf den Weg zum Frauenarzt, um ihre Schwangerschaft zu beenden. Doch die Ärztin macht ihr klar, dass ein Schwangerschaftsabbruch nicht sofort erfolgen kann. Kim bekommt Panik, denn Mike würde ihr den Seitensprung niemals verzeihen. Nach einem Gespräch mit Amy spielt Kim mit dem Gedanken, sich Mike anzuvertrauen und ihm alles zu erzählen. Könnte er ihr den Seitensprung mit seinem Sohn und die Schwangerschaft verzeihen? Letztendlich ist die Angst dann doch zu groß. In ihrer Verzweiflung schläft Kim mit Mike und verzichtet dabei bewusst auf die Verhütung. Will sie ihm etwa vorspielen, dass sie schwanger von ihm ist? Oder entscheidet sie sich doch noch für die Abtreibung?